Garstige Elf Elven Kingdom Ich werde niemals sterben Weil ich schon innerlich tot bin So, du bist der neue Kind, den alle sprechen. Was ist dein Name? Er spricht nicht, Elf King Er denkt, er ist hot shit or something You're playing for the wrong side, dude What did Wizard Fat-Ass tell you? That we broke the rules and took the stick last night? He's lying Cartman is the one you should be fighting against He's hiding the stick, which is cheating And acting all betrayed and sad to get you to recruit more people for him We tracked a Twitter-raven who says you are currently trying to recruit the Goths for the Wizard Go recruit them But bring them to us Then we can ransack carbon stupid kingdom and get the stick back once and for all I'm trusting you to do what's right And kid, if you betray us, we'll tell everyone you're a butthole Nein, das wagst du nicht I am sending our best ranger to help guide you The bard is also at your disposal now Stan Begleiter freigeschaltet Hmm Cartman versteckt nicht den Stab der Wahrheit Er versteckt die Sinnlosigkeit seiner Seele vor dem Antlitz der Welt Don't let Cartman use you Don't let Cartman use you Ich bin ein Jude genau wie du Don't let Cartman use you Ich weiß, was du fühlst Doch immerhin bist du ein Elf Ein elender Elf Stan Meine Hoffnung Die Ogerin Äh Okay Need my help with anything? Hmm Geh zu Need my help with anything? Geh zu Stan Ich bin auch bei Stan Der Barde Wir haben uns lang nicht mehr gesehen Hm You know what every good bard should have A flute If I had a flute I could play Fantastic Melodies If I only had a flute My Facebook says the rancher might be selling one You know where the ranch is I'd love to see if I could buy that flute Magische Musik Für den Bard Eine 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 Flute Wen willst du denn überfluten? Hey, you want to go to the ranch? Maybe I can finally get that Get that flute Get that flute Vielleicht would you like the services of a level 10 bard? I'm a master in the art of songs and jokes There was a fair maiden from stoneberry halloo I'm your huckleberry Oh 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 Ich drück gerade keine Taste Will ich nur mal angemerkt haben So Hey, you want to go to the ranch? Nein, nein, nein Get that flute Nein, 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 danke, danke, danke Ach, ich weiß ja nicht Ich gehe für die Elfen arbeiten Ah, das Mh, 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 mh Gruppe Ne, gut, hier drinnen können wir gerade eh Einen jemanden auswählen Schauen wir uns später an Aber du wirst es früher oder später Er ist ein Jude Können wir ihm vertrauen? Ich weiß auf jeden Fall, wen ich nicht vertraue Und das ist Elgore Ich weiß nicht Wir müssen auf jeden Fall mal zu Cartman gehen Und schauen auf Elfentreue Ob wir den Stab der Wahrheit irgendwo sehen Steigern die Maximaltrefferpunkte Also ganz ehrlich, Cartman würde es auf jeden Fall zutrauen Dass er uns verarscht Und wie wir die, äh, ähm, hier, ne? Äh, Schnellreiseflagge Timmy, Timmy, neue Freundesanfrage Königreich der Dunkelelfen Aha Ich habe echt gerade überlegt Ob ich mich den Elfen oder den Menschen anschließen soll Weil ich meine Wir haben ja schon für die Menschen gearbeitet Und so für Cartman Haben da eigentlich eine recht gute Position bekommen Gut, ich Elfen Der Standpunkt von Kyle ist nicht schlecht Cartman traue ich auf jeden Fall zu Dass er uns verarscht Da hätte ich halt mal nachgeguckt Ob wir den Stab der Wahrheit irgendwo bei ihm finden Aber so wie es aussieht Lässt uns das Spiel gar keine Wahl Da muss ich mir darüber ja keine Sorgen machen Welche moralische Entscheidung ich denn dann vertrete Weil wirklich Ehrlich gesagt Es ist mir scheißegal Für wen ich da spiele Wir sind ja eh der Neue Kings Forest Keep Out Aber na gut Werden wir ja sehen Weil wie gesagt So wie es aussieht Scheint es ja Recht egal zu sein Was wir machen Da wir eh alles Alle Quests mitnehmen wollen Spirit Cave Kann ich denn nicht hier Mit denen interagieren Well of Insight Der Brunnen der Erkenntnis Keep Out Kann ich auch nicht rein In die Spirit Cave Kann ich denn mit irgendwas interagieren Kann ich ja nicht mal hochlaufen Ah doch Aha Ich sehe Eine Kiste Wenn ich mich nicht irre Aber da kommen wir nicht rein Okay Na was versteckst du denn da von mir In deinem Zelt Mit einer Elf Und mal schauen Was sich denn noch so ergibt Weil von dem Informationsstand Den wir haben Hm Mir ist das schwer Wird die zu entscheiden Wie gesagt Ich gucke gleich mal Wir gucken gleich mal bei Karten Ob wir da irgendeinen Anhaltspunkt finden Ob Kyle recht hat oder nicht Hohles Messer des Gläubigen 37 bis 52 Eher was für Diebe Oder so Ach Mohheld Nicht Hohles Komm ich denn auf Hohles Messer Der Gläubigen Oh Potion and Alexiers Ein Händlersmann Was hast du denn du Schönes An Elfen Sachen Vielleicht hast du ja ein bisschen Lämpersbrot Hat er hier Lämpersbrot Ist mal ernsthaft Könnte ich mir gut vorstellen Wenn die hier irgendwie Eine Anspielung darauf hätten Ne haben sie leider nicht Schade Waffen Elfenklinge 37 3 mal Meisthaft gefertigt Level 8 Räuberklinge Mhm Man sieht natürlich wieder nicht Was wir für eine Waffe haben Auf allen Vergleich Aber es sagt Es ist schlechter Dass jemand ein schwerter Schwerhäus Benutzt Beweis warum ein paar Überfälle von Nöten sind Schärfe Fügt bei perfekten Angriff Zahlt er was hat Schaden hinzu Zack Ich das Ziel beginnbar Bei einem perfekten Angriff Zu bluten Einzelort Schwert des Endes Oh Aber wir haben doch auch noch irgendwie Wenn ich mich nicht irre Eine starke Waffe für später gekauft Schon mal Stab der Verschwendung Winterstab Ist alles Level Ach Level 10 war das Ach so Okay Level 10 Level 9 Und ich denke Sind wir mit unserer aktuellen Waffe Besser beraten Langbogen Nutzt unser Spielzeug Bis jemand auf die Idee kam Ihn mit echten Pfeilen Zu benutzen Salve Salve Feuer 2 Geschosse ab Die kritisch wirken Wenn du perfekt triffst 2 harte Treffer Triffe zusätzlichen Schaden Stark gegen Rüstung Rekurvbogen Oh Ein verbesserter Bogen Mit dem du richtig cool aussiehst Salve 4 Geschosse Zusätzliche Schaden Alter Nicht schlecht Wenn man das 4 mal rechnet Elfwäscher Langbogen Level 10 Level 11 Hm 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 Muss man Jason Neue Freundeserfragen Muss man ganz kurz schauen Bis zum Level Da dauert es ja noch ein Weilchen Von dem her Ausrüstungsfolge Ihr seht's ja schon Was haben wir denn jetzt eigentlich gerade Langschweig des Kriegers Aha Aha 124 bis 172 Ja gut Sehr brauch eine Flasche 55 mal 4 Mit einem Slot Perfekter Angriff Bluten 4 zufällige Ziele Jeder Angriff Aha Ist das ein Sticker 4 Angriffe Ist natürlich auch nicht schlecht Aber was war's 4 mal 55 Ne Aber es hat auch 4 Angriffe Ja gut Dann ist es ganz klar Wir nehmen den Rekurvbogen Und mehr können wir uns im Moment eh nicht leisten Da werden wir wirklich mal verkaufen müssen Aber schauen wir mal Was wir denn noch haben Ich würde ja wie gesagt gerne alles kaufen Aber von Geld echt knapp mittlerweile Spielmannshandschuhe Ah unsere Knappenrüstung Weiß ich nicht Was hat die denn für Werte Ein paar Dram Burmajor Handschuhe Rüstung 4 Rüstung Solo Kampf Angriff erhöht Wenn dein Begleiter stirbt Oh Naja Level 6 Spielmannskappe Trefferpunkte Wenn dein Begleiter angreift Das ist ja ein tolles Set Schau hier Schau hier Schau hier 10 Rüstung Abwehr erhöht Wenn dein Begleiter stirbt Försterhandschuhe Pulsiert mit der Kraft der Natur In verschiedenen Baumkäferarten 100 Trefferpunkte Wenn ich einen Feind töte 100% biologisch abbaubar Mit Ausnahme des Kapuzenteils 5 Oh Ja mit Ausnahme des Kapuzenteils Super 15 Rüstung Feindliche Angriffe Jede Runde 5 MP Wenn ich Draußen bin Das ist ja nicht schlecht eigentlich Aber hat nur ein Slot Förster Rüstung 25 Rüstung Heißkette mit der Erdnussbutter beschmiert werden Der Vögel herbeizurufen Das sieht aber gar nicht mal so schlecht aus eigentlich Dornen Feinde die im Nachkampf angreifen Erleiten bis zu 100 Schaden Ja bis zu oder genau 100 Von den Rüstungswerten ist es ja nicht so schlecht Aber Wo ist denn unsere knappen Rüstungen hier Level 6 5 10 3 Also mehr Rüstung hätten wir auf jeden Fall 3 Slots insgesamt Steigert maximal Trefferpunkte um 10 10 Rüstung 15 Rüstung Schwächtfeindliche Angriffe Knappenhelm Konzentrierter Angriff 15 Waffenschaden Also ganz ehrlich Ich glaube da ist die Förster Rüstung besser Vor allem wenn wir draußen kämpfen Ich denke den nehme ich Sofern wir irgendwie Geld zusammen kriegen Was haben wir hier noch Mönchshandschuhe Gut können wir uns im Moment eh nicht leisten Steigert sehr viel an Erfahrungspunkten An Trefferpunkten Ja wir haben noch eh Kram Ja wir haben noch eh Kram Tausende Sachen Komm das brauchen wir doch alles nicht Stapel verkaufen Baseballkarten Hier Alter Schwamm Rostiges Rohr Okama Games 4 Das sind alles so Sachen Die keinen gescheiten Wert haben 24 Elfenohren Alter Hier den Elfen verkaufen wir das Zeug Cartman's Chicken Wings Spielzeugautos Ich meine so Ähm Spezielle Sachen Hier Päckchen mit Uhrzeitkrebsen Oder hier Aids oder so Das würde ich gerne behalten Kaputte Glühbirne Da haben wir elf davon Kaputter Schwertgriff Brauchen wir nicht Schamhaare Hier nimmst Kronkorken Crackpfeife Milchmandilo Das würde ich gerne alles behalten Für Wissenschaftliche Zwecke Natürlich Kleidungsfetzen kriegt man auch überall Gabel Hier alter Baseballhandschuh So Jetzt haben wir wieder ein bisschen Geld Kann wahrscheinlich nicht reichen Försterrüstung Försterkappe Försterhandschuhe Haben wir das schon mal Feinheiten Elfenperücke Elfinperücke Oh Gott Alter Oh Gott nein Zweig Sind alles so Tattoos Da würde ich das Geld lieber mal sparen Lassen wir mal Waffenaufsätze Kleiner Nagel Angriff ignorieren Bis zu 30 Rüstung Das sind nicht schlecht Rollende Münzen Verschack die den Angriff Um 50 Schaden Kaufen Den Anderen Ach komm den kann man auch noch kurz Können wir uns noch kurz irgendwas Raussuchen Was wir weghauen Hier Schraubenzieher zum Beispiel Ähm Gabel Diesen Bleistift da Hier Ne wir brauchen 5 Dollar mindestens USB Stick Das gibt Geld So haben wir's Kaufen Kaufen Waffenaufsätze Kleiner Nagel Nehmen wir mit Kostüm flicken Oh Gott Dornenzweig Dornenzweig Nahe kann man eingreifen 25 Schaden Schokoriegelverpackung Jede Runde 25 Trefferpunkte Köcher 10% mehr Bogenschaden Labyrinth Schaden durch einhändige Waffen Ah das sind 20 Dollar Oh Gott Wir müssen mal wieder Assassinen Kostüm anlegen Um Geld zu verdienen Haufen Holzsplitter Oder ich lege die ganzen Speziellen Sachen Vielleicht mal zu Hause In die Kiste Dann müssen wir nicht Immer runterscrollen Beim Verkaufen Kann ich hier auch Einfach 11 Stück Verkaufen Oh Gott Das dauert nicht viel zu lange Aber es gibt 60 Cent Ich will ja nicht den Warte Kann ich nicht einfach So den ganzen Stapel Verkaufen Und mit dem Ein Exemplar Zurückkaufen So Man wird sie mich verarschen Oh Mann Na gut Wir werden später Bestimmt noch irgendwie Ein Exemplar davon finden Na gut Egal Was haben wir hier noch Seife am Seil Verrücktes Actionrad 2 Dollar Da kaufen wir mal 1 davon CD Glauben Plus 1 1 reicht Ähm Seife am Seil Werden die Elfen Sich ein bisschen Freuen Und können vielleicht Noch ein kleines Spiel Am Abend Einderspiel Nachdem wir Was trinken waren Zerfetztes Platz Plastik Keramikscherbe Mikrochips Aus dem Alien Schiff Die sollten dir eigentlich auch Bisschen Geld geben Hier 16 Papprollen Haben wir es ja endlich Hier Ah Kaufen 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 Und Das war's Vielen Dank Alter Elgor Das kann doch nicht sein Ernst sein Ich mein Oh So langsam Müsste doch auch mal Reichen Ich bin extra nicht zu dem hingegangen Weil ich schauen wollte Was da noch so kommt Aber ich hab das Gefühl Dass Das Spiel ist einfach Derbe zu spammt Damit wir endlich zu dem hingehen Und die Quest erfüllen Und der noch Ätzender wirkt Und wahrscheinlich postet der immer nur noch das gleiche Irgendwie Hallo Oder Bitte Oder was weiß ich Alter Ne es scheint schon unterschiedliches zu sein Jason Von dem her Lass ich das alles mal Noch durchlaufen Bin gespannt wann der nicht mehr Mich anschreibt Skandar Schweinebeeren draußen rumläuft Schweinebeeren Irgendwelche Hinweise Du musst unbedingt in den SVM Video Hä Der hat ja noch viel mehr Sachen geschrieben Hat es sich alle gelöscht Oder was Neue Nachrichten Ja Hm Bitte bitte Dass man Nicht ganz ernte Schweinebeeren Irgendwelche Hinweise SVM Video Das ich gerade eingeschaut habe Hey ich bin's Elgore Machst du gerade irgendwas Äh Hä Neuere Nachrichten laden Das beste Frühstück aller Zeiten Klick auf die Family Wenn du ein Junior Elgorean bist Wurden du oder ein Mitglied Deiner Familie von Schweinebeeren Belästigt Timmer Hey wie läuft dein Tag Ich glaube Schweinebeeren Befinden sich jetzt gerade Auf meiner Geheimnis Entweder er oder ein Straßenkehrer Er schmeißt eine riesige SVM-Themenparty So viele tolle Leute hier Das ist das Wenn du diese Nachrichten Nicht teils wird Schweinebeeren An die Regierung stilllegen Die Schweinebeeren Angriffe haben Die Nachrichten Verdoppelt Du musst mir helfen Das zu allen zu erzählen Ich glaube das Doppelt sich dann Mit der Zeit Hey guck mal Die kommen ja im Sekundentakt rein Also dann müssen wir Echt mal einschreiten Ähm Aber bevor wir Rüstung und so ne Erneuern Ah guck mal Jetzt sind wir hier In Kiles Haus Da kommen wir ganz kurz In der Gruppe Wegen Begleitern Bevor wir das machen Will ich kurz noch Die Emos Jedenfalls die restlichen Sachen sammeln Ähm Jimmy Ist ein Barde Ein Meistermusiker Und Entertainer Der seine Verbündeten Erfreut Und seine Feinde Verflucht Wenn er mal nicht kämpft Kann Jimmy befohlen werden Spezielle Barde Zugangsabkürzungen Freizuschalten Aha Zugangsabkürzungen Okay Mal schauen Was damit gemeint ist Power Akkord Jimmy rockt mit seiner Laute Und bringt der Gruppe MP Lied des Buffs Jimmy singt ein Lied Das Feinde schwächt Aber die Gruppe stärkt Schlaflied Jimmy singt Feinde In den Schlafen Winner Dass sie etwas tun können Wirkt bis sie Schaden nehmen Oder von selbst aufwachen Level 10 Kriegt er den nächsten Naja Ist der Buffer Ich bin ja da Mehr auf Damage Angewiesen Denke ich Stan folgt dem Weg Des Kriegers Und verletzt sich Auf die Schärfe Seines Verstands Und Schwert Stans treuer Tierischer Gefährte Sparky Kann zum Kampf gerufen Oder beauftragt werden Auf bestimmte Hindernisse Zu pissen Todesmarkierung Stan zeigt mit dem Laserpointe des Waldläufers Auf den Schritt des Ziels Und lässt Sparky Angreifen Oh Gott Diskus der Macht Stan wirbelt einen Tödlichen Diskus Auf das Ziel Der Diskus kann Zu zufälligen Zielen Weiterfliegen Wirbelwünscht Stan wirkt Auf ein Wirkt ein Sichdrehendes Schwert Dass mehrere Feinde Trifte Komm ich neben Stan Obwohl Jimmy Als Baden Markierung Freischalten Das wäre vielleicht Gar nicht mal so schlecht Ja gut Dann klauen wir hier Bei Kyle noch ein bisschen Ist auch bei Kyle zu Hause Oder Ich meine es war immer Abgeschlossen Kyle ist der Elfenkönig So wie es aussieht Eiswürfel Perfekte Angriff 25% Was schauen die denn sich da wieder an Abschirm an Angriff Was ist das so schön Was ist das so schön Angriff Was ist das so schön